Es war keine Pause, wir reden heute Abend, so Freude hatten sie. Diana Hader aus Göring und Bad Mürtemberg. So, jetzt gibt es noch eine kurze Unterweisung. Mit dem Griff finden wir heute schnell jetzt, so wie es da steht. Und das ist dann ihr erst natürlicher Besuch, wenn sie es gibt. Schau mal davor. Schau mal davor, es geht so. Fertig? Ja, mach ich. 21, um am Süffaden, um am Süffaden. Zieh es. Hoch, zieh, hoch. 150 in der Wertung. Und hoch, da geht es vor allem. Zieh jetzt. 1. 1. 1. 60 gegen Auge. Schönen Taglauf. Letzter Vermarschmann! 41 Kilometer in der Wertung. Ja, noch ein bisschen Angst, ne? Komm, Mensch, Sport. Nur mal so, wenn man immer sagt, ich habe Kinder, da kann ich nicht ins Training gehen. Und da habe ich keine Zeit für sowas, kann man trotzdem. 0. 2. 2. 1. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Wir sind 200 Kilo auf. Come on! 200 Kilo! 22 Kilo kriegen auf. Come on, Lisa! 2, 2, 1. Das war super! Super Laktung für die Lisa Jitz-Ausgänger. 2, 2, 1. Der Heinz züpft schon wieder. Das ist, dass die Akhleet sind. Das ist eine falsche Dugendung. Ja. Die kriegen die Akhleet auch mal Geschmack von irgendjemandem. Die kriegen sie immer Geschmack. Mein Mann, den. Was gut ist, oder? Nein. Das ist der Mann, der Martin-Leister. Der sagt, er sei nix schuld. Wie war's bei den Highland-Games? Wurde er Siegerierung abgehauen, um deine eigene Frau hier beim Wettkampf zu sehen. Das ist mein richtiger Mann. Wurde er eigentlich Siegerierung bei den Highland-Games abgehauen, um seine Frau hier anzufeuern? So, Nicole, konzentriere dich! 120! 140! 160! Gar kein Problem! Auf den Koi! Ah! 180 locker! Kommt! 200 liegen auf! 300! 222 wäre nicht zu hoch! Auf den Ball! 320 Kilo! Auf den Koi! Auf den Koi! Ah! 250 Kilo! Frau Reisler! 260! Auf den Koi! Auf den Koi! 250 Kilo! Auf den Koi! 250 Kilo! Frau Reisler! 1! 2! 3! 1! 2! Maria hat den Wettkampf in England gewonnen! Jade Marwood! 1! 2! 1! 2! 2! 3! 2! 2! 3! 2! 1! Vom March! 1! 2! Witzel! 2! 2! 4! Jetzt kommt die 200, 200 Kilo liegen auf für die Maria Kubikova. Zieh! Nein, da sagt sie, das geht heute nicht. 180 Kilo, jede Gewertung für die Maria Kubikova aus der Sofakai. Jetzt kommt die Kati Neubert aus Dasein in Bayern. Die Kati hat erst eine. Schön konzentriert. 140! Super! 160! 180! Geh man gleich zum Tor! 200! 230 in Gauch! Nein, 200 Kilo! Super Leistung! Kati Neubert! Sie hat noch nie so was gemacht, das wollen wir mal dazu sagen. Super Spaß! Boxen! Kongo mit Sport! Macht einen Einsteiger-Wettkampf in Europa gewonnen! Und ihre Bevorzugung, sie sind jedes Kreuzhebeln! 120! Schön Radnummer! 150! Sehr gut! 160! 180! 200! 200! 200! 202! Da sagt sie, nein, doch sie probiert ja man eine. Nicht interessiert, 200 Kilo in der Wertung für die Alexandra Winter. Und wir haben eine Athletin und das ist die Caroline Garberho aus Lichtenstein. Die Caroline kann im Raw Kreuzheben 1,90 Kilo. Wenn sie einen Anzug trägt, dann steigern sie sich um wahnsinnig 10 Kilo auf 200. Das heißt, Autokreuzheben müsst ihr auch liegen. Sie ist hier die leichteste Athletin am Start, aber auch für sie gilt, mehr Gewicht, 120 Kilo. Ohne Zughilfen. Sie macht ohne Zughilfen, wie immer. 120 Kilo. Also 50 Kilo. 160 Kilo. 180 Kilo. 200 Kilo liegen auf. 200 Kilo. 22 Kilo. 22 Kilo liegen auf. 340 Kilo. 22 Kilo liegen auf. 42 Kilo liegen auf. Das heute nicht. Guten Abend, ich habe hier eine Siegerin. 24 Kilo. 22 Grand Gillen. 2%. 255 Kilo.